Der Anfang der 70er Jahre war geprägt durch die erste Ölkrise. Man machte sich Gedanken darüber, dass die Ressourcen der Erde ja letztlich nur endlich sind. Meine Idee damals ist es gewesen, die Sonnenenergie zu nutzen, zur Stromerzeugung und den Strom zu speichern. Eins ist damals und heute für mich wichtig und für die IBC Solar. Die Energie der Sonne allen Menschen zur Verfügung zu stellen und nutzbar zu machen, einfach und unkompliziert. IBC Solar und its premium partners in many global markets are a driving force behind one of the most important projects of the future. To make the sun's infinite energy available to all for a world worth living in. Die Menschen und Märkte fordern heute so nachdrücklich wie noch nie Energieautarkie und Emissionsfreiheit. Um unseren Kunden genau dieses zu ermöglichen, haben wir erstklassige Produkte und branchenweit einzigartige Services entwickelt. IBC Solar überzeugt durch umfassende Systeme, Haltungseinheiten, Photovoltaik-Module, energiereiche Speicher sowie intelligente Management-Systeme, abgerundet durch technische Komponenten. Lösungen für die E-Mobilität, aber auch für die Wärmekopplung stehen Ihnen zur Verfügung. Alles umfangreich getestet und tausendfach installiert. Im Solarmarkt steht IBC Solar für geprüfte, getestete Qualität, für Zuverlässigkeit und Stimmigkeit unserer Energielösung insgesamt. Das gilt für jedes unserer drei Geschäftsfelder, für das Eigenheim, für Bewerbe und Industrie und auch für Solarparks. Das, was unsere Kundinnen und Kunden wollen, ist unkompliziert und wirtschaftlich eigene, saubere Energie produzieren und diese auch nutzen. Ja, und genau das machen wir möglich. Die Welt wandelt sich rasant und erforderliche Lösungen werden komplexer. In diesem Umfeld ist und bleibt IBC Solar eine tragende Säule der Energiewende. Denn wir überzeugen mit smarten und durchdachten Lösungen und unserer Leidenschaft für eine nachhaltige Energieversorgung. Alles einfach und klar. Und was gibt es Besseres, als es allen zu ermöglichen, die unendliche Energie der Sonne für sich zu nutzen? The Vision of the Energy Transition has always been our driving force. Since 1982, we have been working on energy solutions that sustainably advance solar energy, away from the generation of energy using fossil fuels, and towards ecological electricity generation that provides us with pure energy from the power of the sun. Wir sind bereit, die Herausforderungen unserer Zeit im Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen und der Natur zu meistern und unseren Beitrag für eine lebenswerte Welt zu leisten. Mit Leidenschaft und Freude. Wir sind bereit, die Möglichkeit zur Ausbildung des Geist des Geist des Geist des Geistes 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 des Ge